Sooo, und damit, ich weiß nicht ob ihr abgespeichert habt, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Man, Link to the Past Mario Kart, richtig Wow, auch richtig So, wir haben nix, wir haben gewonnen Aber die Musik ist auch nicht, oh mein Gott, was kommt denn da aus? Ach du Scheiße, das sieht schon nervig Oh, ja, wow Okay Okay Oh, dann fangen wir wieder und fangen alle ihre kleinen Kotkugelchen ab Okay Ja, schon was ich Da haben wir in der Bild Hat doch Stille, ey Okay Okay Ähm Oh, ja Achua Du sagst das Bind Ähm, ja Gut, ich hab's einfach mal gesagt, nein, du darfst dieses Elixier jetzt nicht benutzen Muss ich nicht so viel latschen Maja, ne So viel wäre jetzt, glaube ich, auch nicht gewesen Ach ne, vergiss es Ja, natürlich Okay Ungegenstoß Okay, das funktioniert schon mal nicht Ja, da komm ich manchmal nicht mit, wenn man Emulator dann macht Aber beim Eintauchen können die auch nicht treffen Hm? Beim was? Beim Eintritt Beim Wiedereinen Eintritt Boah Machst du ihn mal nochmal für ein bisschen frei, darf ich Ja, ihn hier nicht Scheiße, eine Sekunde zu früh Jetzt Nein, das war zu spät Scheiße Scheiße Ja, so oder so Nein Ja, ne Das schlecht geht ja auch Jedenfalls macht das Mhh und leuchtet ja Das sieht gut aus Mhm Mhm Dann komm ich das nicht mal verlassen Ja Ja Oh, wieder abgenommen Passt du, jetzt kommen wir ja nicht hin Komm da rein, ey Da siehst du doch Ja Hast ja Zeit, kannst aufladen, machst ja gleich zwei Schaden Bist du da ausgeschissen kommen, kannst sogar mehrere auf einmal treffen Mhm Mhm Oh, na Oh, komm mal, da ist ja schon da aus Nur zwei lange Dinge anbricht Ja, nicht lang Irgendwie gefällt mir nicht, wie er das sagt Irgendwie habe ich das Gefühl, danach kommt noch mehr Ja Ich wollte eigentlich nur lange Dinge an Oh Der Letzte ist übrig Oh, der geht aber schon ein bisschen mehr ab Der hat mich ein bisschen entwickelt, aber Mhm So, das ist mir jetzt Ja, jetzt komm, jetzt machst du ihn ja fertig Baaam Hätte ich gar nicht gebraucht, super Uh, cool, ein ganzes Herz mehr Jawoll Und mittig, mittig, mittig Ah, dann hättest du es noch voll Ja, hätte ich Hätte, hätte Bringen die überhaupt irgendwas, die Amulette noch so Bruni Das sind voll die Amulette, Mann Ja, aber sonst irgendwie was Pass mal auf, du Sammel erst mal alle ein, vielleicht You want a pendant of power Your goal of finding three pendants is inside Go for the last one Oh, wow Du bist so viel stärker geworden Ich bin so viel stärker geworden Ja Ich nehm den Stein jetzt einfach mit Ja Uah Warte, voll in die Fresse Das war geil Du lebst zu kaum Du feuerst gerne deine Ladung in den Mund ab Mhm Okay, warum kann ich da immer noch nicht rein Bene Naja, was ist alles in dem Raum drin Ja Ey, ich kann doch voll durchlaufen Tschüss Ey, ich wollte denen doch nur Angst haben Hm Das klappt alles auch Ach, wusste ich's doch Oh geil Ah, mein Leben da hinten rüber Komm her, Mann Sehr schön Gleich zwei, ja Ja Da muss ich nochmal ran zu gehen So Ja Meine linke Hand wird langsam ein bisschen taub Ich muss mich mal anders hinsetzen Hm Mhhh 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 Baaaam Was sie noch machen, ne? Dann chill da einfach weiter Mhhh Es ist ein bisschen langsam Oh, so ein kleiner Janshu Ne, 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 das war auch nicht Janshu Aber das war Zu schnell, ne? Ja Kann ich eigentlich jetzt auch die Dicken hier Die Dicken Dinger Die Dicken Die Dicken Na, kannst du die Dicken? Oh Woah Oh, guck mal dass ist der咧 Du bist der richtige Hulk, jetzt Guck mal da Robina Robina Sabino Robina Ganz viele Robina Robina Die Feast of Lake Hylia. Strange and wonderful things live in it. 50 Rubine war einmal Tentone. Yeah. Hm. Hm. Laufdorf Dachloser. Kann hier drunter auch was sein? Kannst hier nochmal sein Stück kaputt machen? Nee. Ein Märzenpil drunter sein. Hm. Hm. Oh. Oh. Tja, das Ding ist heftig für dich. Ja. Tja. Das sind einfach... Nein. Boah, hast du viel gesehen, ey. Das wusste ich. Hey, bitch. Bam, hast du das gesehen, ey. Ey, das hört sich ja weh. Muss ich bitte noch bauen? Oh, guck mal, der Bombo ist getraut. Cool. Oh, in sich lauf voll rein, ey. Ja, okay, sie käme sehr hart. Oh, verbrennt. Verbrennt, verbrennt. Nein. Ich hab immer noch Altra davon. Hehehe. Oh, die große Tübe. Oh, abkürzeln. Kann ich den hier abweisen? Hm. Scheissecken Schütze. Hier, mach ich. Was? Okay, geht immer noch nicht. Ja, Baumsteine sind schon heftig. Ja, muss man jetzt sagen. Die sind fest verankert und so. Fester als so ein fetter Stein. Also auf jeden Fall in der Erde fahren wir. Der Stein ist ja nur so blöd rum. Ha, hast du das gesehen? Hm, was? Das ist voll so cool, ey. Ich hab keine Ahnung, wovon du sprichst. War anders. Die Welt wird das niemals erfahren. Ich hab's in der Aufnahme. Ich losche es raus. Wie das? Wenn du gar nichts damit machst. Warte mal, war da in der Mitte nicht auch ein Stein hier? Äh. Bei den Tieren? Was war das? Nein. Da hat auch ein Typ auf dem Baum stehen. Ja. Genau. Und der hat Flöte gespielt. Stimmt. Vielleicht kannst du jetzt ja den Baum hochheben, an dem die Schwanz wieder dranhängen. Ja. Okay. Jetzt sie gleich mit hoch. Oh, ja. Genau. Boah. Was ich jetzt auch machen kann. Ja. Ja. Boah. 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 Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Definitiv. Du weißt doch bestimmt, welche Möglichkeit es dir spontan auf jeden Fall eröffnet. Nein. Ah, schade. Oh. Die sind nur so einfach unbezeilen Bauerei und so. Junge. Bier und so. Was ist da? Sticket. Oh mein Gott. 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 Oh. Nicht schlecht du. Jetzt fühlt er sich grad voll heftig du. Oh jetzt fühlt er sich noch heftig. Ganz ehrlich, der macht mich echt grad voll fertig. Mit so einem langen Finger auf der Lanze. Ja. Er zeigt immer auf dich. Ich mach dich damit voll fertig. Oh yes. Dass sie sogar noch das Ding da bleibt. Piep piep piep. Piep 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 piep. Oh. Oh. Robby. Style. Boah. Hast du den einfach mal so ne Reihe gecleatet hier. Der beste Friedungsgärtner überhaupt. Ja. Wo können wir noch Zaubertränke kaufen? Oh. Vielleicht ist da ein Herz drunter? Ne. Oder so ein Hund, was ich trollen will. Oh cool. Bam. Oh Gott. Da hat sich was eines da fällt. Ich möchte den Briefkasten klauen nicht. Oh das ist ein cooles Ding. Ernsthaft? Du willst Menschen ihren Briefkasten klauen? Ah ne. Da kommt ihr ja nur von oben rein. Was war da noch gleich drin? Ich muss mal kurz nachgucken. Oh. Da könnt ihr vielleicht noch hier. Da. Oh. Hm. Gar nichts drin sein. Cool. Da war eine Rubine drin. Stimmt. Hier sind vielleicht noch mal Rubine oder Herzen. Jawoll. Jawoll. Genau so muss das laufen. Ich muss das schon viel mal sagen. Das ist nicht fett, Mann. Ha. Das ist nur noch ein dickerer Stein. Hallo. Hier war ich glaube ich auch noch nicht. This way to the lost walls. Was ist das? Bitch. Jetzt weiß niemand mehr, der hier lang geht. Was da jetzt ist. Bitch. Oh Gott. Hä? Was war das für ein Geräusch? Wusch. Und wir sind in den Wäldern. Oh ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da ist ja unser Freund. Oh Gott. Jetzt wieder so viel Geld hat sich er vorher nicht mehr gelohnt. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt machst du das Schwort. 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 Die gehen schon nach oben. Was sind hier die Tiere aus dem Wald? Die Tiere aus dem Wald? Oder die? Das ist nicht so gut. Okay. Okay. Ja. Oh ich fühle dich. Das war gut. Ganz viele schwule Tiere. Das war gut. Ja, das ist gut. Komm, hau noch mal ein Pils. And you got mushrooms. Ja, hell mushrooms. Kannst du irgendjemanden andrehen, der keine Ahnung hat von der Welt. Kann sein können. Ja, ja. Ey guck mal, da ist es. Machst du so weit. Und da ist der Typ, der wieder eine Rubin andreht. Ich will es nochmal austesten. Das war echt hart. Mit Penis dran immer das gleiche. Ah, unser Penisbruder. Oh, oh. Starker Bruder auch. Großer Bruder. Was war hier noch danach? Da war das geile Herz, wo du nicht rankommst. Ja, genau. Komm ich da ran. Tja. Na gut. Ja. Hätt schon klappen können. Das ist aber echt so hier. Da kann alles Unmögliche klappen. Da kann ein Typ nur unter Wischung sein. Ja, also von daher ist alles möglich. Ey. Wow. Und ein kleiner Freund ist wieder da. Oh, yeah. Oh, yeah. Und wieder abgeht. Das war großzügig. Nö, das war noch harmlos, du. Der kann doch echt... Oh, geil. Der ist ja gerade mal gecrashed, ey. So. Wieder mal blink, blink, blink. Und eine dunkle... Oh. Point of no return, was? Oh. Geil. Das wäre echt gut, mit Schmackes. Bluh, 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 bluh. Quatsch. Das wusste ich. Und das ist ja wieder bei der Autoplast, diesen Arsch. Die Frage ist immer, wer bringt dich da hin? Hm. Hm. So. Und was macht ihr dabei mit hier? Tja. Genau das ist die Frage, die ich mir nicht stelle. Tja. Tja. Naja, diese Frage liefert vielleicht interessante Antworten über das Spiel. Tja. Boah. Bin da voll am Kopf gekommen. Schau, komm. Was ich gerade mal ausprobieren will? Tja. Tja. Natürlich nicht. Aber... Mhm. Mhm. Wenn ich schon mal hier bin. Sehr nice. Mhm. 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 Da war es also nicht okay. Aber irgendwo... Was ist das für das Ganze im Kopf behalten, ich weiß jetzt nicht, den Fach männlichen Ausdruck gerade dafür. Merken? Aha, das hört sich auch so stumpf an. Was verwortest du? Karten lesen, was ist das hier? Was ist das für den Busch zu spüren? Ha. Ja. Nicht heute. Oh yeah. Wo leiden wir bei unseren kleinen Freunden wieder? Ich glaub du solltest man auch nicht mit den Pegasus Stiefeln abgehen. Boah, cool. Ich hätte da jetzt noch eine Bombe. Ja, das denkt man dann oft, aber die Dinger kann man auch auf den Schuhen weghauen. So, da, 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 da. Kolo an der Ende. Ja, ich freu jetzt immer nach wie meine Bomben verwendet. Naja, sicher ist sicher, falls du es vergisst. Boah, jetzt haben wir noch mal Polo an der... Guck mal fünfmal uns an seinen Freund gehen. Warum die zwei eigentlich nicht hin? Obwohl die Stiefel anscheinend. Ja. Boah, weg damit! Teufelszeit. Ok, weder noch hast du was bekommen. Durch mein Handy, ja. Ist ja auch auf Vibration eingestellt. Hey! Hey! Oh, das war dann nochmal schön nervig. Hallo, ich bin auch wieder da. Was geht ab? Okay, das hätten wir also erledigt. Ja, du bist so ein reicher kleiner Mann. Ich wollte alles bei dem einen Typen verprassen. Ja. Um noch mehr zu kriegen. Ja, das Ding ist, wenn du jetzt die gleiche Throne hast, könntest du glaube ich volle Kohle haben. Nö. Oder du könntest aber nur noch sechs Rubinen übrig. 56. 52. 51. 56. 52. In welcher Welt 56? Du zahlst von einer und kriegst dann noch mal ein. Ja, das sind aber 51, jetzt sind es gerade 52, jetzt 53. Also wir sind 53 üben bei allem und keine 56. WTF! Doch, du zahlst von einer und kriegst dann einen dazu. Mindestens einen. Oh scheiße, machte like a boss ey. Okay, das wird jetzt echt gefestert. Tja, in welcher Welt hast du ja auch nur 51. Was? Ja. In der, in der du auch Null kriegen kannst. Ja, in der schon. Oder in der du hundert zahlst und einfach raus gehst. Ja! Dann gehst du rein, zahlst wieder 100. Danke, danke. Komm, sie werden sich bald wieder. Also, geh mal wieder gern. Mit dem mach ich gern Geschäfte. Du willst ernsthaft wieder hier landen? Ne, ich geh nur alle Wege ab. Gut. Ja, vielleicht sind das ja dynamische Labyrinthe, die sich immer ändern. Ne, ne, aber Labyrinth immer rechts halten. Tja. What the hell? Wir können ja nicht halten, hier ist Fleder raus. Ja ehrlich, mach mal hin und mach an. Ich zieh mal ins ernst, die Viecher. Oh. Hm. Versuch was wert. Hm. Boah, penetrant, ne? Hm. Okay, ähm, das waren die einzigen Wege. Scheiße. Das ist natürlich blöd. Muss ich da irgendwie einen Stein reinwerfen vielleicht? Deswegen spawne ich auch hier mal. Okay. Boah. Okay, mal ehrlich. Der Ketakengang war echt geil. Und ich finde wirklich das echt interessant, ey. Das hat auch so die gleiche Größe vom Loch. Das ist echt schwierig. So, dass man dann erst mal den dann da rein. Ja, du denkst viel zu kompliziert. Oh, ne, das ist gar nicht verkehrt bei dem Spiel. Oh, maybe is nothing. Yeah, go boss. Best. You wanna join us? Oh, mein Gott. Dann kannst du deinen Schwanz mit ihrem Doppelschwanz vereinigen? Ja, das kann ich dann wohl machen, Alter. Dann noch einen vierten, dann habt ihr so ein Kreuz. Guck mal, ihr Schwanz. Das ist alles nur noch Wichser. Warum ist das so weißlich? Da sieht man gar nicht mehr die Haut, Alter. Aber hier müsste doch eigentlich richtig sein. Hm. 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 Das ist ein Zwiebelritter. Oh. Hm. Hm. Oh, da sind wieder diese kleinen Steinhaufen. Hey, sonst? Und die so nicht, äh, und renn willst du. Das littelt. Vielleicht versuchst du da drüben, oder? Oder du gehst doch mal in die Hürde. Aber da drüben ist natürlich auch ganz viel Action. Okay, geh ich da rüber. Das ist schon witzig halt. Lies mal das Schild. Vielleicht hilft das. Ja. Danger! Do not enter Desmosen. Besaust der King's permission. Ist doch nicht zum König. Mal ehrlich, das Schild ist echt voll scheiße. Muss ich grad sagen. Das ist echt fies, das Schild. Ja, ab zum König. Moment, der König ist doch tot. Mal ehrlich, das Schild ist echt voll scheiße. Ja, ich muss sterben. Ja. Ja. Ja, genau. Du wirst dann... Du wirst sterben, dann gehst du zum König. Ja, das stimmt, ey. Du wirst wiedergeboren wie Jesus. Und dann kannst du alles... Alter, das ist voll arschig. Na, gucken wir mal. Das sieht ja auch so wie dann eine andere Sackers aus. Ich hab's doch nicht. Ich hab's doch nicht. Ich hab's doch nicht. Okay. Medium. Über die Diagonale geht auch nicht. Ui, wir wissen aber mal, I don't know who you are, but if you are going to go up the mountains, will you take me with you? Du hast einen kleinen Freund gefunden. Ja, Freunde fürs Leben. Beste Freunde für immer, Freunde für immer. Ring! Oh shit. Ja, der Alter ist auch gut drauf. Der ist wohl übermächtig. Ne, weiß man nicht. Ich bin alt. Ich würde in das Loch rein. Triple kill. Weil ich hier schon in den Beinen stehe. Stand noch. Alter und wo bin ich? Das bin ich. Weil ich auch in der Distanzung spontan. Ui, they're right here. I'm a granddaughter who is late. Granddaughter? Grandson. The king took her to the granddaughter. Ach du Scheiße, was hat er mit da gemacht? How do you have returned? Kidnapping. Who is lost? 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 Da... Das sieht nah aus. Das kommt hier aus, ne? Ja. Na, wo war echt gut, wenn man da hinten die Falchse und die Rechte immer geht in seine Richtung und dann oh shit. Hey. Ja, das ist richtig. Das sieht mir gut erg aus. Dann mal wieder ran. Wie kalt, alter. Was auch sich? Alter, ernsthaft jetzt? Alter, alter. Okay, schön. Und nochmal da anfangen, oder? Naja, das sind sie groß hier gleich. Gut. Ähm. Ich speichere hier nochmal und ich glaube das war wieder eine Zeit lang. Ne, ne, das war voll weg. Na gut. Yeah. Ja, man kann es ja auch so sagen. Ich muss ja auch so hier. Bei die People. Gold Power. I do. Was ist die? Ja. Verdammt. Old fucking old man. Old man. Uuuu. Too bright, yes. Maiden's hood. Hm. Voice man. Da ist ein Loch. Ja, da kann er sich nochmal richtig gut aus. Und hier ist ein geiler Krug. Oh, der was wie er hat. Na, du hast es voll drauf, alter. Guck mal, er findet den Weg nicht, aber er weiß, dass unter so einem verkackten Krugenherz ist. Er ist eigentlich komisch. Härtig look. Ja. I sing this the wall. You can pass. Sie einfach hinter mir stehen bleibt. Kein Ding. Achso. Er ist nicht so ein Dormerleufiger in die Wand. Yeah. Schneller geht's nicht. Oh nein. Boah, die Spengler voll fies. Und hier nehm. Oh nehm. Oh, das ist das. Oh, das ist das... Oh, das ist eine Lupe. Sie sind auch lustiging. Ich hab zu viel gesprochen. Wie soll ich te Argumentation sein? Danke für deine Wuppertöse. Werde mich nicht irgendwo diese. Ich will dir das. Wenn du in einen Matrixplanker stecken in die perfekte Silber. So, yeah, he gave you the magic mirror, this mirror is blue, clear and beautiful. You feel like it's going to absorb you into another world. Wow. Ein hell wie cooler Locker. Hm. Das war halt noch Spiegel. Ja, denn die Steine sind voll böse. Hm. Ah! Letztens auch einfach nur überdimensionale Prope, ich war das nicht cool. Ja, ja genau wie die mich verfolgen von Fies. Hm. Wenn die mich hier auf der Treppe treffen. So. Bleib doch mal die ganze Zeit da aufstehen. Nein, da liegt gar nicht erst raus. Alter, ich bin schon wieder fast tot, ey. In this case leads to the parents back to the kangaroo village. Da komme ich ja her. Mhm. Oder weniger, da würde ich ja nicht hin. Ja. Hoch hinaus. Höher als das geht es nicht. Giuseppe. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Dier, nee. Herz, 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 herz. Huhhh, hey, ja. Und, oh, ... Oh. Dafür muss ich hier rein, aber. Hm, hm, ja. Schade. Das hätte doch Stil gehabt. Boah, es ist hell. Das Loch ist unheimlich. Ein bisschen. Okay. Geht. Duh, 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 dduh, dut! Wow, fuhr! Ich bin ein verkacktes Bunny. Mhm. Die waren noch die besten. Aber ich bin ein bisschen ein Cake-Story. Ja, ein bisschen. Ich kann nicht anreifen, oder? Ein Cake-Story hält mich ein bisschen. Was? Ich glaube, er kam sogar fast früher raus. Aber ich weiß es nicht genau. Castory ist auf jeden Fall auch schon uralt. Von wann? Weiß ich nicht. Der Teil müsste noch älter sein als Castory. Das, was wir gespielt haben, war die Neuauflage. Naja, aber da hat sich ja nix geändert. Du meinst die Musik, die haben sie ja nur geremacht. Und die Grafik. Naja, aber das ist ja dann quasi nix... Da hat sich ja vom Sonntag viel konzip nix geändert. Nene. Das ist ja noch das gleiche. Das ist ja nur ein bisschen aufgewertet. Das ist gut. Ja, geht fast gar nicht auf die Eier. Hm. Hallo, du bist ja ein Typ mit dem Hasenkopf, aber trotzdem. Alter, das ist voll ekelhaft, finde ich. Das ist im rechten Brahab immer. Oh, gut. Ist Rico auch besser? Nein. Du kannst ja demnächst gar nicht einfach machen. Dann hört er so ein Bein. Stereo und so. So, und bei Nico ein Cookie-Clicker. Ah, verdammt. Lade euch alle Cookie-Clicker runter. Mach keine Werbung. Mach keine Werbung. Ich geb dir den Sand. Nö. Von dir will ich kein Geld. Tja, oder nicht? Dann nehm ich deins. Ne. Okay. So, was ist das denn für ein unheimlicher Nebel? Kann man mit denen sprechen? Oh, gut. Oh, gut. Oh. Oh. Was, was labert der mich die ganze Zeit an? Schauß Patrick. Oh, woher bist du? No, Mr. Barney. Stress ist leicht zu ruhen. Aber ich will, was tristet in. Oh. Tja, oder? Oh, tristet, tristet. Tja, oder? Tja, oder? Tristet. Oh, it's a moon pearl. You can keep your ritual shape back. Oh. 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 Geil. Yeah. Hallo. Wir sehen endlich die kleinen Mongo-Captade und gucken die Fries an. Tschüss. Okay. Das war der Auftritt der Mongo, des Mongo-Kopfdrehhus. Mongo-Lorden. Ja. Da war ich noch mehrmals. Ja. Genau. There we go. Aaaaaaaaaaaaaaaaaah. Top. Hier war ich ja schon einmal. Oh! behinderger summit! Und wieder der Start. Und Stereo, wenn dimis nochmal zu weiss? Genau. Genau, ich hab vergessen, dass hier drin war. Ach ja. Das war ja noch rechts die richtigen Reflexe. Boah, ich weiß nicht, da kommt gar nicht. Okay, da ist schon mal nichts. Gibt's hier denn ne Möpion? Gibt es? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Tja, du musst jetzt als Hase ganz weiter kommen. Voll creepy, man. Besonders, wenn du deinen Wurststand nicht benutzen kannst. Ja, ich kann gar nichts benutzen. Befürchte ich. So. Tja, der Alt hatte ich gewornt. Hm? Der Alt hatte ich gewornt. Ja, ja, hatte er. Müssen sie mich jetzt nach vorne bringen? Oh. Wohoo! 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 Bei, bei, bei! So, okay, das hätten wir. So, okay, kurz mal, dass die Magical Energy in der Oktober ist. So, okay, das ist so. Wie kommen die überhaupt her, als ich ihnen ein bisschen bei der Ombar waren, da haben sie doch keine mehr. Was hatte ich denn hier drin? Ah, hier war ich glaube ich noch nicht. Bitch. Goldtroll, Goldtroll. Sparakte. Immer noch. Dann sind Saphire. Das ist ein Sparakt. Hey, Bitch. Du darfst dich nicht halten. Ja, du warst schon viel zu lange am Standby, Mann. Das ist Fledermosland. Damals, als ich mich durch den Dschungel kämpfen musste. Alter Vorderney. Da war aber auch Fledermosland. Das war nicht so gut, du. Durch den Dschungel. Bei Merjeed. Am Arsch. Nee, nicht am Merjeeds Arsch. An deinem Colin von mir aus. Das ist mir scheißegal. Mein Arsch ist ein riesen Dschungel. Wo er sich durchgekämpft hat. Ja, da musstest du durchgekämpft und dir den Fingern putzen. Das war ja. Das war ja. Schlatsch. Ja, solange es funktioniert. Ausdruck bringen. Solange es funktioniert. Ja, ne? Stein. Mashboom. Und geil, du hast mit dem. Wo man den Felsen umgelenkt. Sag ich jedenfalls zu haus. Ja, ich hab's voll drauf. Ja, genau. Du bist auch da. Da ist eine Frage von Vollbahn. Ja. Ja. Oh, richtig schnell hier. Ja. Choo-choo. Bam. Und wieder runter geht dran. Ne, das hätten sie nochmals eingebauten. Hm. Ja. Da schauen wir mal nach, was hier drin ist. Ja. Cave number one. Wow. Kleine. Schwöre. Schwöre. Raupen. Du wolltest Fenster sagen. Ne, ich wollte irgendwie Schwörelies oder so sagen. Schwörelies, genau. 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 Wird noch was gesagt haben. Oh, das ist ja hier. Wow. Wow, ja. Drei. Du machst mit allen gleichzeitig. Wollen wir schleichen. Ja, das ist schon ein gutes Leben, der Kleiner. Große und Mittler. Ich schätze einfach auf 17. Ich schätze ihn auf 8. Ah. Alter, genau. Kriegt doch noch was ab. Diese Schlampen. Das sind bestimmt... Ja, die machen mit jedem rum. Ja, die kleine Brügel mitzahlen. Aber 8 ist leider auch so in den allen späteren Teil. Da findet man so den Nebenteil. Da ist irgendwie irgendwo so ein kleiner Block. Ja, man kann auch älter sein und ein kleiner Block sein. Verdammt. Ne, Colin? Hi. 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 Cool. Colin in der Block. Der kleine Block. Das ist der kleine Block. Oktopus dead. Oh. 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 Oh, schmackitastisch. Uh. Jim, ich bin doof für dich. Ja, ich bin so genug. Wir haben das nicht so gut. Ja, ich bin so gut. Oh, ich bin so gut. Ja, ich bin so gut. Wie hab ich so gut. Mehr Leute. Nee, ich dachte dann hätte es auch was, weil du nur den Einfall genuschelt hast. Nee nee, wie ist das schon anders? Gut, gut. Guck, 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 guck. Was? Wir können nur die Treppen nachmachen. Hast du sehr schön gebracht. Jetzt bestätige ich ihn auch nicht mehr. Das hat ein sehr tolles Treppengeräusch. Weißt du nicht. Das wunderschön zu trennen, wenn ihr da ein Feines Ja, das Schild hab ich gelesen Ich bin direkt ins Loch Boah, hast du gesehen? Da bin ich schon so abgerutscht am Rand, aber kann ich grad noch sagen, dass er selbst voll Da ist wieder alles was ich hab hier aus Guck mal, da sieht wieder alles was ich hab hier aus Nur halt, es geht tief runter Blech da schon drin? Ja Ah, das ist die andere Hälfte Wow Das kannst du einfach so? What the shit Hm Tja, vielleicht hilft es ja Nee Boah, hier Das geht aber gar nicht hier Ups Kann ich dir helfen? Nein, ja Ich lass doch mal probieren Du kannst vielleicht tolle Dinge erreichen Ja, ich muss grad mal überlegen Ja, dann überleg mal Tja Das war voll genial Da gab's doch noch nen anderen Weg Geh doch mal rein Na ja Na ja Und herzlich willkommen Wir sind wieder bei unseren drei Boro Köpfen Hallo Nya 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 Wie lustig mit dir sprechen Hallo Das ist ein Dickdörs Das ist ein Dickdörs Das ist ein Dickdörs Oh Gott Ein ziemlich feindes Dickdörs Hm 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 Tja Hm Hm Wie ist das da? Okay Aber weiter oben Da Ich war doch da mein Ich bin verwirrt Sag mir, warum bin ich so verwirrt Weil du ein Hase bist Genau Weil du nicht genau hinsiehst Warum bist du verwirrt? Achso Der Part ist so lang Hm Na egal Ähm Boah Tschüss Ja Ein bisschen Weil hier ging es doch noch vorbei irgendwie Oder war das auf einer anderen Ebene nochmal Ich bin verwirrt jetzt ehrlich Ja Hm 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 Okay, Moment Hm Versuch du mal in das Herzteil zu kommen Oh Ach Das ist Halt wenn die Backen Ist doch grad so witzig Ja Ja Boah Boah Nein Stehe ich noch oben drauf Nee Tu ich nicht Okay Voll genial ey Felsen wird auch Brillenfelsen genannt Oh ja Das ist voll gruselig so wenn man so sieht Ah das ist doch da so und sieht doch da diesen Fleck Das ist doch mal ein Fell Oh cool Ich dachte mir so Ah genau Ah Ah Schon witzig Ah Schon witzig Das war schon mal was anderes als auf dem letzten Film. Ach so, da war noch mehr. Okay. So, ehrlich, wie spricht man das aus? Esser? E-T-H-E-R? 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 mit so einem rätsel alles klar das rätsel kommt dann aber nicht jetzt von sondern in der nächsten folge deswegen spreche ich gerade mal ab und wenn die folge an der stelle ich bedanke mich fürs zuschauen bis zum nächsten mal